heute ein paar interessante informationen zum mps fuhrpark aktuell fahren unter mps flagge 40 fahrzeuge der marken volkswagen audi mini bmw und seit neuestem auch mercedes da ist für jeden geschmack was dabei je nach aufgabenspektrum und führungsrolle hat man bei mps anspruch auf einen dienstwagen entweder in der kompaktklasse der oberklasse oder im premium segment unsere flotte ist sauber wir beschaffen seit ende 2017 nur noch dieselfahrzeuge mit adblue hardware oder benziner mit 60 prozent anteil am fuhrpark ist vw die beliebteste marke jedes dritte auto ist ein golf beim thema auto wird nicht gespart der netto wert aller fahrzeuge beläuft sich auf rund eine million euro woran man im mps auto erkennt am koplenzer kennzeichen und wen wunderts am kürzel mp eingerahmt im mps blauen kennzeichen halter und funktionalen k1 aufkleber mit qr code